Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, heute mal als Panzerklacker unterwegs. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir haben sehr interessante XRP-News und die Panzerklacker sind am Start. Unter anderem Mastercard mit Whipple, eine hässliche Partnerschaft und die Zukunft von XRP ist glänzend, Leute, dies. Und vor allem XRP im Multi-Billionen-Euro-Markt, ne, auf der Wall Street auch vertreten. XRP auch glänzende Zukunft und vieles mehr, Leute. Haltet euch fest, schnallt euch an. Die Rakete kann auf jeden Fall losgehen und die Panzerklacker sind heute mal aktiv für euch. Um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken so richtig Panzermäßig, boom, aufgefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. So Luis, darf man eigentlich Panzerknacker sagen, heutzutage die Gesellschaft, du darfst nicht dies sagen, das nicht sagen. Ja, ich glaube, es ist noch vertretbar. Ich glaube, Panzerknacker ist noch nicht politisch inkorrekt. Solange keiner von uns sich als Fuchs oder sonstiges outet, ist alles gut. Da gibt es ja mittlerweile auch. Wir schauen uns die interessante XRP-News an. Ja, und zwar seit Ripples mit Taco-Übernahme setzen Großbank immer mehr auf XRP im internationalen Zahlungsverkehr. Die Partnerschaft von Ripple mit Metargo zieht große Banken wie die HSBC an und signalisiert eine sich ausbreitende Akzeptanz von XRP als Verrechnungswährung. Ripple ist bereit, mit seinen effizienteren und kostengünstigen Verfahren das über 50 Jahre alte Swift-System abzulösen. Ja, Leute, wir wissen es, wir warten nur auf eins und das ist regulatorische Klarheit, damit wir die Anwendung sehen. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht mehr lange rumreden. Es hängt euch hier allen den Ohren, denke ich mal, schon raus. Wir sehen die News hier und mit Metargo ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt, den Ripple gemacht hat, wo sie das Unternehmen, sag ich mal, als Tochter Unternehmen gekauft haben. Über 50 Jahre alt ist das Swift-System und wir wollen es nicht, wie hier steht, ablösen, Leute. Nur ein Prozent reicht uns schon, dann to the moon, Luis. So einfach ist das. Es wird komplett revolutioniert. Wir sind einfach jetzt gerade in einer Revolution mit der ganzen Kryptowährung, Blockchain-Technologie. Also nicht nur Ripple, muss man hier ganz klar erwähnen, sondern generell die ganze Blockchain-Branche wird sehr, sehr interessant für die Zukunft sein und den ganzen Markt verändern, wie es damals das Internet auch gemacht hat. Und das nicht von oben nach unten, sondern diesmal von unten nach oben, Leute. Also wenn wir uns jetzt positionieren und dann die Großen. Hier steht nochmal, die Träume der XRP-Armee werden wahr, Luis. Boah, so eine Rakete, da sehe ich mich auch, Luis. Da können wir auch mal irgendwann mal sitzen mit der XRP-Armee. Dann gehst du ab auf die XRP, auf XRP-Mond hier. Ja, wir sagen ja die ganze Zeit, wir wollen irgendwann mal mit XRP auf der Insel landen. Vielleicht landen wir auf einem anderen Planeten, wer weiß. Vielleicht, wenn Elon Musk anstatt Dogecoin vielleicht doch XRP nimmt. Spekulationen sind ja da. Dann fliegen wir vielleicht echt zum Mond, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall die interessante News, Leute, rund um Mastercard. Kommt Mastercard zu XRP. Dazu muss ich Folgendes sagen. Da gab es ja schon immer wieder Partnerschaften, oder Partnerschaft ist am Laufen von Whipple mit Mastercard. Und jetzt soll XRP auch intrigiert werden. Ja, und die Zusammenarbeit von Mastercard und Whipple führt eine revolutionäre XRP-Debitkarte ein, die traditionelles Finanzwesen mit digitaler Innovation verbindet. Also sehr, sehr interessant. Hier der Fortschritt von Mastercard und Whipple zusammen. Und hier nochmal die Nachricht dazu. Mastercard-Partnerschaft verspricht eine glänzende Zukunft für XRP. Ne, Leute, Mastercard ist definitiv eine Größe in der Finanzbranche. Das kann man dem Projekt auf jeden Fall nicht abstreiten. Das ist klar. Die Karte integriert modernste Technologie und legt mithilfe einer Hook-Funktion benutzerdefinierte Ausgabelimits direkt auf dem Hauptbuch fest. Ja, und ein wichtiger Aspekt dieses Unternehmens ist die Selbstverwahrungsfunktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bankkarten haben die Benutzer die vollständige Kontrolle über privaten Schlüsse. Ein grundlegender Aspekt der Blockchain-Technologie, der eine erholte Sicherheit und Autonomie gewährleistet. Dieser innovative Ansatz für das Design von Debitkarten entsprechen sich wandelnden Bedürfnissen moderner Nutzer digitaler Vermögenswerte. XRP bereitet sich jetzt auf ein riesen Multi-Billionen-App an der Wall Street vor. Ja, und in einer kürzlich veröffentlichten Forbes-Veröffentlichung des Forbes-Mitarbeiters Billy Bambrough heißt es, dass es sich der Kryptomarkt auf ein seismisches Ergebnis vorbereitet, bei dem digitale Vermögenswerte wie XRP und Bitcoin im Mittelpunkt der Auswirkung stehen werden. In 48,3 Billionen US-Dollar Überschwemmung in XRP und Bitcoin. Laut der Offenlegung wird erwähnt, dass dieser Kryptoanstieg nach der Genehmigung des mit Spannung erwarteten Börsen gehandelten Bitcoin-Spot-Fonds-ETS erfolgen wird. Fahli bemerkte in Bezug auf Bitcoin-ETFs sein Statement, mit einem Bitcoin-ETF wird Geld in die Branche fließen. Es ist einfach zu kaufen. Die Menschen glauben an Bitcoin. Bitcoin ist eine großartige Erfindung. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Ja, und natürlich, Leute, durch den Bitcoin-ETFs, wir haben es in den letzten, wie es auch immer wieder erwähnt, werden so enorme Zuflüsse auf den ganzen Markt kommen. Und ja, nicht nur in Bitcoin, sondern im ganzen Kryptomarkt. Er sagt unter anderem auch, letztes Jahr um diese Zeit waren wir bei 15.000 Dollar. Heute sind wir bei 38.000 Dollar. Auch bei XRP, wir waren bei 39 Cent. Letztes Jahr um diese Zeit, das ist eine Steigerung, haben wir jetzt von 61 Prozent bei 56 Cent. Es ist natürlich keine Beiträge. Ja, aber ich meine, 61 Prozent ist ja schon ordentlich. Welchen Mal kriegst du 61 Prozent, wo wir noch nicht mehr gestartet sind? Ich weiß, was du meinst, Luis, aber wir wollen ja viel größere Preise sehen. Wir wollen diese Zehner-Schritte irgendwann mal machen und nicht diese 1 Cent-Schritte. Und 61 Prozent ist nicht unser Ziel, Leute. Das ist nur der Anfang ganz cool durch die Hose. Das sagen wir immer wieder und wir haben euch damals schon bei 30 Cent und etc. haben wir euch immer wieder gesagt, XRP ist die Zukunft. Da würde ich rein investieren. Und das ist nur unsere persönliche Meinung. Aber wir glauben an das Projekt zu 100 Prozent. Ja, und passend dazu haben wir noch mal ein Statement von den guten Johnny Deaton. Ja, mein glatzen Bruder. Und zwar prognostizierte er hier mehr Investitionen von BlackRock und großen Vermögensverwaltern in Coinbase. Was sehr, sehr interessant ist. Leute, vor ein paar Jahren, wir erinnern uns noch die Worte von BlackRock, von Larry Fink, von wirklich den großen Institutionen. Es ist ja einfach unglaublich, wie sich dieses alles geändert hat. Also, wir sagen es immer wieder, tut nicht das, was sie sagen, sondern das, was sie selber tun. Und hier nochmal. Während Coinbase nach der Genehmigung des Bitcoin-ETS möglicherweise in einer hervorragenden Position sein könnte, würden die vielen institutionellen Anleger des Unternehmens von der Genehmigung der US-amerikanischen SEC profitieren. Laut Nasdaq-Daten gehören Unternehmen wie BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley und KfW zu den Top-Unternehmen, die Aktien in der USA ansässigen Kryptobörse halten. Ja, der Johnny Deaton wird bald arbeitslos sein anscheinend. Das mit XRP, ja, ist bald vorbei. Keine Ahnung, was der da macht. Der vertritt ja sehr viele XRP-Halter. Ich glaube, er kommt mit uns zu Inseln hinan. Genau, entweder er wird mit uns auf die Insel kommen. Ich glaube nicht, dass der gut zu uns passt, denn wir haben ja schon den Onkel Marcello dabei. Der ist unser DJ. Den hier, den Johnny Deaton brauchen wir nicht. Hast auch recht, ne? Und zum Schluss haben wir nochmal eine sehr interessante Nachricht. Und zwar, ja, das Digital Monetary Institute hat eine Nachricht, wie gesagt, eine Partnerschaft verkündet. Und zwar mit Ripple, was auch hier sehr, sehr interessant ist, wenn wir wieder im Bereich Zukunftstechnologien, CBDCs reinschauen, starke Partnerschaften am Start sind. Ja, das war doch mal wieder mal interessante News, Luis. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde einfach mal sagen, ja, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, dürft ihr gerne alle kostenlos diesen Kanal abonnieren und vor allem auf Gefällt mir drücken. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt. Werde auch nur ein Teil unserer Instagram, Telegraphen, TikTok-Seite. Hi, Leute. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sieh'n an Luis, Bö, Doppelsetz, sagt von Herzen Dank.